Hallo, mein Name ist Johannes Schraps. Ich bin der neue Bundestagskandidat der SPD im Weserbergland. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und hier fühle ich mich zu Hause. Unsere Heimatregion kenne ich nicht nur politisch, sondern auch durch viele sportliche Aktivitäten beim Handball, beim Fußball oder beim Tennis. Während meiner Studien und Arbeitserfahrungen im Ausland bin ich meiner Heimat deshalb auch immer eng verbunden geblieben. Meine Heimat, das ist der Wahlkreis 46 und der ist zum Glück seit jeher fest in sozialdemokratischer Hand. Brigitte Schulte und aktuell Gabriele Lösekug-Möller vertreten uns schon seit Jahrzehnten hervorragend in Berlin. Jetzt machen wir den Generationswechsel und ich bin das neue, frische Gesicht der SPD. Egal ob im Weserbergland oder in Berlin, egal ob im Sport oder in der Politik. Für meine Überzeugung hänge ich mich voll rein und bin immer verlässlich am Ball. Löhmö war einfach klasse. In ihre Fußstapfen möchte ich treten und selbst eigene Spuren hinterlassen. Damit das klappt, bitte ich euch am 24. September einfach Johannes wählen.